Jupiter, Frau Agöthohovi, heißt dieser süße braune Wallach und er ist ein Verkaufswirt von The Horsella. Zehn Jahre alt, Stockmann ist 1,39 Meter, ein kräftig gebautes, stämmiges Pferd, im alten Typ stehend, mit viel Rumpf und Körper und guten Knochen, ein tragfähiges Pferd für die ganze Familie. Viergängig veranlagt mit sehr viel natürlichem Tölt bis weit über das Mitteltempo hinaus, also ein flotter Tölter vom Temperament, im angenehmen mittleren Bereich, also weder faul noch zu schnell, lässt er sich gut vorwärts treiben und er ist ganz brav. Er ist auch für etwas ungeübtere Reiter, geeignet vielleicht nicht für den Totalanfänger, aber für Wiedereinsteiger und etwas ungeübtere Reiter, ganz unproblematisch. Er geht super ins Gelände, alleine oder in der Gruppe oder auch zu zweit, wie auch immer, er hat wenig Angst vor irgendwelchen Dingen und ist super leicht in seinen Gängen zu schalten. Mit mittlerer Bewegung ausgestattet ist er schon für das ein oder andere Turnierchen geeignet, regionaler Art und hier für Trail, Dressur oder für V5 und T7 oder V8. Er hat ganz klar getrennte Gänge, alle vier und die sind auch alle gleich gut, sodass er da sehr ausgeglichen ist und auch dressurmäßig macht es super viel Spaß, ihn zu reiten, weil er sich da sehr, sehr gut anbietet und auch schon recht gut am Schenkel ist. Hier seht ihr auch, er ist ganz unerschrocken, sei es im Straßenverkehr oder mit anderen Dingen. Das macht ihm alles nichts aus, dem süßen Jupiter. Der Jupiter, den haben wir dieses Jahr an eine Reittouren Company ausgeliehen, an die Firma Hester Sport und da ist er zwei lange Touren gegangen im Spätsommer und danach ist er zu uns gekommen nach Deutschland und steht hier jetzt zum Verkauf. Er hat uns gleich ganz wunderbar gefallen, weil er einfach so ein süßer Fratz ist und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, der Jupiter, dann meldet euch. Die Daten dazu findet ihr oben im Video und jetzt noch ganz viel Spaß mit Jupiter, Frau Agathe Hovi. und dann geht's. Musik 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 » 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020